Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends Together mit Ice-Pfeil, aka. Wie heißt du nochmal? Conny? Conny war der andere. Achso. Ich bin so toll! Und wie heißt du nochmal? Hab ich schon mal gefragt, wie du heißt? Ja, Ari. Ja, das ist ja auch nicht so. Aris. Okay, ich kann mir das bestimmt nicht merken. Ne, das ist nicht schlimm. Ich kann mir allgemein Geburtstag genommen alles anderes nicht merken. Aris. Hey, so Pings. So, es ist egal. Ja, das... Ach, das wird ein bisschen super toll. Ach, das wird ein bisschen super toll. Dann... Sie wird vorne weg gehen wenn jemand ist. Ja, ist okay. Übrigens die Stirrgeräuche kommen nicht von mir. Ja, ich kann schon mal Start gewählen. er aber wir müssen die Städte ein Bild auch noch und meine denjenigen stehen ansonsten steht für die Schweizer Rieber gegen Brüßberg spielt man weiß nicht nur so mit Spaß drei Jahre und die Stolz-Geräusche haben wir können das heißt mehr Lack als er das weit scheißen oder es kommt ein bisschen später noch zu nehmen und abgabt hat uns nicht mehr als gegründet ist aufgerüstet was nicht mehr als gegründet ja auch nicht mehr das zeigt auch schon ich bin ich bin weil sie auch schon geflasht und ich habe eigentlich Angst dass der jetzt runterkommt ne der ist auch erst umgekehrt ich gehe mal kurz hier holen weil ich es gerade kann übrigens wollte ich sagen dass ich gerade jetzt aufgestanden bin es ist zwar 19 Uhr irgendwas oder so aber ich bin jetzt gerade dem aufgestanden von daher erhoben Kustigkeit der Zeit und ich klinge leicht vermüdet ich hätte ich nicht mehr müde bin weil ich ja es kann ich beschlagen habe er hat er kommt oh mein Gott dann wollen für heute denken das natürlich sehr toll wären hier bei der Tausend ich bin noch mal jetzt zu spät jetzt geht sie nur weg jetzt können sie gleich den Alter einnehmen er wurde getroffen getroffen ich habe was wenn sie nicht in einer Teilnehmern nicht und waren jetzt habe ich ein Problem das ist toll erledigt mich jetzt nicht mehr so ein Hund man kann nicht so leicht aufsteigen in der Kontinente und auch nicht wie die Rennen über mir hinterher das ist nicht dumm ich versuchte mit jetzt leicht zu verwirren ok er wird nicht mehr und er wird nicht mehr stoffen wir wollen sie mehr schaffen Alter Alter das war als irgendwie ein bisschen neulich habe ich nur eine Kuh aufgenommen was ich meine, wenn man so dumm ist das ich bin jetzt beschloss aber du kommst überhaupt nichts wir werden mal langsam ob oder sowas gehen wir sind ja auch nicht schulden das war ja nicht so gut das war es bei den Treibernichter gegeben ob er kann es sein ein an den Schuhen Prozent nicht an der Schild auf die Hälfte Prozent dort geht es um so gut die ist nicht genügend A das hat er sich nicht deswegen war LOL! Ich schaff das schon, ich schaff das schon. Doch nicht. Warte mal ganz kurz. Das war alles genau so geplant. So, alles schonmal geklärt. Geht bitte! Weißt du, das ist... Das ist gerade richtig unlogisch gewesen. Nee, das ist einfach unmöglich. Siehst du, ich stehe ganz außen an dem Bild, und trotzdem trifft er nicht. Das ist... Ja, vor die Urgenkinder. Aber das war richtig. No, sir. Ich würde so gerne mit dir... Also, du hast den Lohn... Du hast den Lohn, du hast... Du hast den Lohn, du hast den Lohn... Ja, genau, der kriegt sie auch ein Köln, die hässliche Vater. Die hässliche Vater. Und du bist noch mit dem Lohn, du bist noch nicht so. Ist das mal so. In der Wäsche... In der Wäsche... Was wird Mäla gegeben? Gar nicht. Du hast aber kein Mäla mehr. Oh, ich weiß. Das ist nicht schlimm. sie wir haben alle Anteil das Leben und die Jura geht trotzdem drauf an den Pondon und seine Planeten aus dem Fall und Jura ein bisschen ich denke ja das kann man nicht mehr und der Pondon kann auch noch kommen und kommen auch noch auf und wie ich gesagt hat der Pondon kann auch noch kommen er hat die Fokuser auch nicht das ist ja auch die Worte tun und sich auf schade ist sie kein Wort gibt es nicht so traurig ich habe doch so ein ja ich glaube ich habe den Brief es wird Schwerdebrief sind richtig saftige Schwerdebrief die Woche eine Erfahrung spielten Kommen die alle Tau- und Tiefen Pantheon wir lassen sie aber wer sagt dass wir das wollen ich will nicht dafür ich will die Zerficken das Bisschen nicht enthängen und jetzt ist das es ist und er machte nicht geschaffen ich bin jetzt vor Ort kommen die anderen Witzersatz ja ich bin ich bin jetzt von mir an die andere Leute das auch voll geil uns ist Neues okay das auch falsche Zeiten Alta hat er mir auch immer noch auf das glaube ich jetzt nicht dass sie noch drauf geht doch allerdings noch noch da war der Vorbohr zu kommen die Köln Mord nur das ist schon so verloren ich komme ich nicht das nicht aber nein sie kommt es weiß jetzt den Grabs von Blitzkrieg aus oder sie zu der und die drauf ich sie Prozent für uns ist ein Ulti drauf und ich will diese Kuh und dann war's das das hat was auch von mir geklaut du Idiot zerficken das ist nicht wahr zerficker, biest Monster, Stylo, Milo ey wow ja, das ist der Köln doch, schade der wird nicht mehr aber gut, aber wie es 1800 Gold und damit können wir schon mal Wiesenklinge oder so ein Trist kaufen der Panzer ist immer noch so schwer da, aber wir können ja trotzdem Vertrauen machen der Panzer ist da im Angst nicht ja, ich hab auch nicht gehört ab aber die Jora ist auch nicht so gut wie sie scheinen ne, also ich dachte, ich hab die Jora ist mal gut das ist effektiv du bist zu Brons oder sowas ich bin Bronsche jung 4 leider nicht kackiert boah, ich will Lacka ja ich wollte dich eigentlich sagen, aber ich glaub jetzt bin ich selber drauf faster than me is nobody ich freu mich über wo ich schon schnell bin Alter, du hast sogar eine hohe Level als Jora, wo die Solo-Toppel ist naja ja 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 das sowieso ich verstehe macht ich spiele auf Englisch und er hat sich gemacht und 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 ich verstehe noch gold und ich bin ich bin ich bin ich bin aufwissen dass du kommst das ist Euro das ist er hat sich aufpassen das ist Danke Danke können. Ich brauch Hilfe Mama! Hilfe! Hilfe! Da schmeckt die sich hier wieder weg. Guck mal, du warst noch full live. Ja, ich war noch full live. Pass auf, wie Fiora jetzt noch drauf geht. Komm an, komm an, komm an. Mach doch kein Mana mehr, Scheiße. Ich hab keine Probleme. Alle keine Probleme. Ah, schade, schade. Du willst nicht aufgeben, glaub mir. Doch, glaub ich will aufgeben. Du willst nicht aufgeben, du glaubst mir, jetzt. Alter, was hast du mitgeißt? Dingens. Wirいうこと, ey. Wieso? Da wird nichts übergeschrieben. Ich hab keine Ahnung. Oh Pantheon! Renn! Rennen Sie wir! Renn! Oh, da bin ich tot. Ich bin tot und ich bin tot. Ja, ich dachte, Jura Helden mehr als du! Das ist so krank. Oh Mann! Das war totaler Minionsblock. Die Minions haben mich geblockt. Ich konnte nur nicht vorbei. Jaja, ausreden. Gar nicht. Du kannst all die ausreden. Das sind keine ausreden. Ich bin nicht Harun. in die Ausbildung Prozent naja egal wenn er in den was ich schon groß ausrichten du bist enthängig du bist kein Tänke bis der Tänk das Grund der Tänk ja mal du bist der Tänk er hat er in der Welt er war 1 3 5 von niemandem er hat er auch niemanden auf dem ja er ist ein Leben die 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 ich hab' 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 wir sind auch alle müssen und so was auch wenn ich mit den arbeitenden bestimmt auch sowas besonders Pantheon ist bestimmt so Diamant Platin hat über 3 das geht gar nicht doch klar wenn du zwei Konzern hast Peter Wille das sagen würde in der Stamante dann auf Platin zu spielen verstehe ich so lange meine Platin kann man die aber doch gar nicht mehr das ist vielleicht der Reichen denkt ich habe keine Ahnung aber das auf Bronze gestuft wurde es ist ja schon berechtigt wird und gekommen Kürz Pantier habe ich gehört um ein um ein Wettbewerb die man nicht um das von Mies ne, jetzt geb ich nicht auf, was wollt ihr jetzt? häh? häh? fuck you nu guck mal wie das aussieht ähm ähm oh mein Gott häh? häh? ich frage mich warum die sich reporten sollen muss man nicht posten sollen so mann der ethischen Zeit nicht gegen den anderen so ja Mama ich wollte die Küste, ich mein nicht, wo wollte dir helfen wenn du dich schon erfährlich fühlst hier hast du dein Mono ja, was ich nicht brauchte, weil ich gerade eben erst die die Nähnung also so und Alter, der macht Schaden, der macht Schaden weiß nicht so komm, ein, den krieg ich jetzt noch wow joo hast du auch zu sehen nachdem hat er sich verhalten kaufmenü mit dem Zuhörer in der dort stoff jahre der 19 ist und johann 10 Euro ich tötete dich jetzt Nusslein ist mein LRP und wo es wird so beschrieben bleibt 9 Euro ist aber wo ist seine wo sie wahrscheinlich verknickt und liegt wo sie verknickt und er ist nicht drauf war Kosti und der Panthea kommt unter sich zurück und bleibt siehst du 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 weisen das schlug auf ihn auf ihn die Brüste gehen ich bin es jetzt Prozent Prozent da war es noch so sehr abgelenkt ich bin wenn man vorliegen Rennen Come on Ach schade Ach man Ähm ja Du willst jetzt gleich aufgehen Ja komm Zack Gut Hopp Ich bin und da weg Ja das war's dann für heute Nein ich geh jetzt essen Weil ich bin jetzt gerade eben aufgewacht und ich hab Hunger Gut hau rein Leute Nein ich hab schon auf einer Band der Tür Sag ich jetzt hau rein ich Idiot Dann sag ich zu dir hau rein tschüss